Südwestlich von Gommern ist eine Wasserburg, die ihrem Namen natürlich alle Ehre macht. Dort ist ein Wehr, das anders eine Brücke. Das war wahrscheinlich schon der erste Schutzgraben. Hier kommt jetzt der zweite Wassergraben, der um die Burg führt. Die Wasserburg ist ein Hotel. Eine Gaststätte, natürlich coronabedingt geschlossen. Eine Sturzgefahr. Das waren vielleicht die Bedienstetenaufgänge. Das war eine coole Farbe. Ich bin die Goldmarie. Aber nichts kommt. So, es gibt noch ein bisschen was Geschichtliches. Die erste urkundliche Erwähnung dieser Wasserburg war 948. Ab 1576 war sie ein Jagdschloss, dann Amtssitz und jetzt, man höre, eine Haftanstalt, ein Wohnheim. Und heute ist die Gaststätte mit Brauerei und Hotelanlage. Das ist die gesamte Anlage. Ich weiß nicht, ob man es seht. Es spiegelt in Gommern. Ich weiß nicht, ob ich es seht.